Transferbudget enthüllt, so viel darf Dochl im Winter für neue Spieler ausgeben Die Bayern stellten einen neuen Vereinsrekord auf, in dem sie während der Sommer-Transferperiode mehr als 150 Millionen Euro für Neuverpflichtungen ausgab. Aktuellen Medienberichten zufolge könnten im Winter weitere Millionen hinzukommen. Berichten zufolge haben die Bayern-Bosse ein üppiges Transferbudget für das Transferfenster im Januar angekündigt. Trainer Thomas Duchel erklärte nach Ablauf der Frist letzte Woche, dass die Mannschaft etwas dünn sei. 50-Jährige macht keinen Hehl daraus, dass die Münchner vor allem defensiv nicht in einer idealen Formation sind. Dass der FCB im Winter sein Personal aufstocken wird, ist ein offenes Geheimnis. Neben dem defensiven Mittelfeldspieler wird wohl auch wieder der Ersatz von Jan Pava im Rampenlicht stehen. Bayern München sei bereit, im Winter 70 Millionen Euro für Neuverpflichtungen auszugeben und die bestehende Mannschaftsbaustelle zu schließen, berichtet Bild-Fußball-Chef Christian Volk. Dieser Betrag ist nicht tabellarisch aufgeführt, sondern setzt sich aus den Abgängen von Pava, 30 Millionen, und Ryan Grevenbirg, 40 Millionen, zusammen. Parinha und wer sonst? Joa Parinha hat bereits ein Transferziel für Januar festgelegt. Tatsächlich ist der Protegiese das Transferziel Nummer 1 der Säbener Straße. Sowohl der Spieler als auch die Münchner hoffen, den Deal im Januar in einem zweiten Anlauf abschließen zu können. Der 28-Jährige wird den größten Teil des Bayern-Winter-Transfer-Budgets aufbrauchen, wenn sich an den bereits ausgehandelten Finanzrahmen mit Fulham nichts endet. Barinehas Ablösesumme soll daher zwischen 60 und 70 Millionen Euro liegen. Es wird spannend sein zu sehen, was die Bayern als Rechtsverteidiger machen und machen. Trevor Schaloba von Chelsea FC könnte wieder für Schlagzeilen sorgen. Der 24-Jährige hatte versprochen, zum FCB zu wechseln, doch der Deal scheiterte am Ablaufdatum. Die FB-Youngster Amel Veracocup steht nicht mehr zur Verfügung. Der Verteidiger wechselte am Ende der Saisons auf Leihbasis vom FC Saushemden zum Bessweer-Enthoven.